As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wollte erstmal auf eine Sache aufmerksam machen. Vom 10. bis zum 20. September fliege ich inshallah mit Bakka reisen. Für, ich glaube, 1700 Euro zur Umrah. Wer Lust hat mitzufahren, kann gerne mitfahren. Wenn man Fragen zu den Preisen hat, soll man sich bei der Organisation beschweren oder fragen. Weil ich habe mit der Organisation, das heißt mit den finanziellen Sachen etc. nichts zu tun. Ich werde mitgeschickt, um dort die Umrah zu leiten, täglich Unterrichte zu machen und den Pilgern zu zeigen, wie die Umrah-Riten zu verrichten sind. Das erstmal dazu. Das ist meine Aufgabe. Dazu werde ich mitgeschickt. Der Rest bitte mit Bakka reisen, abklären. Im Internet suche, auf die Seite gehen von Bakka reisen, B-A-K-K-A-H, mit H am Ende. Und dann dort schauen, wenn jemand Lust hat, im September eine Umrah zu machen. Und meistens ist das Feedback sehr gut, was das an etc. angeht. Und ich wollte mich nochmal bei den letzten Gruppen nochmal bedanken. Sehr spät, die dabei gewesen sind. Und entschuldigen, falls ich irgendetwas falsch gemacht habe. Jezakum locheram.